Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich nahm an, Sie wären tot, Braddock. Sie haben sich getäuscht. Meine Männer und ich geben nicht auf, auch wenn es aussichtslos erscheint. Chuck Norris ist Colonel Braddock. Ein Mann, der sich nicht in Ketten legen lässt. Der für die Freiheit seiner Kameraden kämpft. Los jetzt! Okay! Wir werden jetzt abrechnen, Colonel Jinn. Sie haben lange genug die Gefangenen in diesem Lager gequält. Bevor es zurückgeht, sorge ich dafür, dass sie ihre gerechte Strafe bekommen. Sie müssen uns jetzt leider verlassen. Schönen Sie auf, ihr Schweine! Ein Mann von unerbittlicher Härte. Nur ein Ziel kennt, dem Dschungel zu entkommen. Missing in Action. Zweiter Teil. Die Rückkehr. Ich sehe überhaupt nur eine Möglichkeit, wie sie mein Lager verlassen können. Und die wäre, wenn Braddock alles gesteht. Er verteidigt doch immer ein Land, das sie alle vergessen hat. Der neue Chuck Norris Film. Missing in Action. Zweiter Teil. Lassen Sie uns lieber zurückfliegen. Er ist sowieso nicht mehr am Leben. Wir suchen weiter. Das ist der Halbkernal. Da sind sie schon. Hier ist die linke Flanke. Okay. Auf die Hälfte. Ein hochexplosiver Film. Missing in Action. Zweiter Teil. Die Rückkehr.